Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Subnautica Update Silent Running von Anonwards Entertainment. Wir wollten jetzt weiter bauen. Und zwar Richtung Bais. Oh nein. Die haben den immer noch im Schlawittchen. So Fischis kann ich jetzt leider nicht mitnehmen. Dann pack mal die drei aus. Wir wollten hier drüben anfangen zu bauen. Mehr Zweckraum. Mir schön mal draußen. Bau den mal hier hin. Dann sollte ich hier noch ein zweiter daneben. Dafür reicht es sogar noch. Jawohl. Hier vorne kommt eine Lücke dran. Nein, mit drei. Hier vorne kommt eine Lücke dran. Da war natürlich kein Glas gebaut. Bau mal. Bau mal gleich. Und hier hinten wollte ich auch noch mehr dran bauen. Dann können wir jetzt auch wieder mitnehmen. So. Hier hinten kommt dann unsere Werkbank rein. Unser Werkraum. Und jetzt nehmen wir noch mehr. Ja, was wird. Mehr Quarz sozusagen. Alles wegnehmen hier. Nimm mal das Gerät in die Hand. Ich und Sauerstoff. Irgendwann geht das nochmal schief. Aber ich wollte doch ein Club-Ship zum Essen machen. Hier sind so viele Club-Ship zum Essen. Und jetzt habe ich noch einen Quarz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, eins brauche ich noch. Da ist noch ein Club-Ship. Dann bauen wir mal. Dann bauen wir mal. Ach, ich brauche da drüben auch noch eine kräftige Station. Na ja. Erstmal bauen wir ein Glas. So, zwei Stück. Drei Stück. Dann bauen wir mal was zu trinken. Dann bauen wir mal was zu essen. Club-Ship. Dann trinken wir was. Dann essen wir was. Dann brauchen wir wieder Titan. Kupfer haben wir eins da. Welt haben wir eins da. Halt. Mach mal weg. Gehen wir auf die drei. Was kostet... Ach, Außenmodule bauen wir ja. Ja, wir brauchen ja noch so lange Module. Schön, dass wir die bauen können. Innenteile. Schott brauchen wir nicht. Wir brauchen Crafting Station. Kabel-Sitz, Computer-Chip, zwei Mal Titan. Kabel-Sitz, zwei Mal Silber. Da haben wir noch eins da. Kabel-Sitz können wir bauen. Computer-Chip, Tischgoreien-Probe, Gold-Kupfer-Draht. Kupfer haben wir nicht. Gold haben wir. Aus dir mache ich mal Wasser. Und hier... Ne, Wasser. Großes Wasser. Nur um mal ein bisschen hier die Ressourcen zu verbauen. Das ist kleines Wasser. Das können wir gleich mal nehmen. Das können wir reinpacken. Dann haben wir einen Kabelsatz. Für den Kupferdraht brauchen wir noch Kupfer. So, Computer-Chip, Gold haben wir drin. Tischgoreien-Probe kann ich holen. Kupferdraht. Brauchen wir ein zweites Kupfer. Was brauchen wir denn noch? Titan. Das geht. Wir bauen... Ich weiß nicht, ob ich die schon wieder da sehe. Wir bauen erst mal das Glas da dran. Hier haben wir doch... Total, hier ist noch. Da unten ist noch. Da ist es Kupfer. Können wir noch einen Kupfer gebrauchen zum Reserven. Das ist aber Titan. Gut. Bauen wir das fertig. Und dann können wir... Bauen wir mal hier hinten rein. Oder hier oben drauf. Außenmodule. Und dann brauchen wir... Und dann brauchen wir... Ich setze mal drei drauf. Kannst du da hinbauen? Ja, da hin. Dann brauchen wir jetzt wieder Titan. Ähm, ja, erst mal hoch. So, wie weit sind wir hier gekommen? Und da hat man aber noch keinen drauf gesetzt. Mann, 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 Mann. Da brauchen wir noch wesentlich mehr Titanen. Eins. Mit Kupfer. Da haben wir schon mal wieder einen Kupfer. Hier haben wir Metallschrott. Hier geht's runter. Oh Gott, ich höre dich schon. Hier soll's prob ich nicht. Kurz prob ich nicht. Nein, nein. Nein, nein. Und ich muss sowieso wieder zurück. In Windhoffel ist. Bist du weg? Ja. Puh. Weiter mal hier. Passt noch in zwei Jahren. Jawohl. Eins ist liegen geblieben. Schade. Sauerstoff haben wir noch. Hui. Total. Total. Zwei Kupfer haben wir gekriegt. Kupferdraht. Kupferdraht. Kupferdraht, jawohl. Ach so. Tischkorainprobe 2. Mist. Titan. Kupferdraht. Kupferdraht. Anruf. Kupferdraht. 1, 2, damit können wir gleich den Computerchip bauen. Jawoll, damit ist in dem Inventar auch wieder ein bisschen mehr Platz. Anfang ist ein bisschen kritisch. Wenn dann das erste Lager in dem System steht passt es. 5, so die Toren hier oben, 3, damit haben wir den ersten Strom, weil das ist schön. Quarzer. Der Quarz sollte hier noch nicht das Problem sein, oder? Kann ich hier noch Quarz rumliegen? Ach genau, den Quarz habe ich schon geholt. Quarz und Titan. Oh, hier vorne hatten doch irgendwo noch Quarz. Hier haben wir doch schon mal zwei. Und den Titan. Ja, das ist Salz, das ist Salz. Ja, gleich. Äh, vielleicht wäre ich natürlich nicht. Da hinten haben wir Quarz und Salz. Oh, ich bin schon mal ganz schön tief. Ach, wir haben auch keinen Platz mehr. Der Teil nimmt hier auch viel zu oft. Aber wir wollen ja vorwärts kommen. So, haben wir den fertig. Jetzt brauchen wir noch Titan. Quatsch, wir brauchen ein Quarz. Was haben wir hier noch? Titan haben wir noch einstecken. Da haben wir doch schon den Quarz. Dann können wir da oben schon mal weitermachen. Komm, pack den weg. Dann kannst du schneller schwimmen. Richtig, eigentlich bin ich schon eingescannt. Ja, geht's hier. Dann gibt es noch mal Quarz. Brauchen wir auf jeden Fall Quarz. Und dann Schränke bauen wollen. Drei in die Hand. Und jetzt bauen wir hier. So ein bisschen Strom haben. Dann verbauen wir das Glas hier drinnen. Welcome aboard, Captain. Jawoll. Guckt ihr das mal hin, was hier für ein Platz ist, hä? Das nennt man dann Basis. So, dann bauen wir hier mal eine Glasmand rein. Guck. Richtig geil. Richtig geil. Da kommt auch Strom rein. So, hier hinten sollen die Werke rein. Haben wir noch? Da haben wir noch ein bisschen Titan. Ja, aber das Gerät soll auch da hinten rein. Das ist natürlich jetzt blöd. Kannst du noch ein paar mal rein und raus? Weil hier hinten dein Lager. Jupp, hier hin. Fünf da rüber. Nee. Wir wollen noch mehr Titan. Das lohnt sich doch sonst gar nicht. Hab ich da eins gesehen? Nee. Ich hab hier was gesehen. Nee. 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 Mach mal. Hier. Ah, hier gab's vorhin ins Gesicht. Dann büge ich hier mal schnell drüber. Und. Ähm. Das wird. Nein. Oh. Ich würd'n Glücksschi haben. Eigentlich. Inventarfuhr. Ach. Ach, alter. Schreib mich da nicht so. dann fliegen die Söhre-Pilze raus und ich krieg das Detail mit. Das ist mir jetzt egal. Ich hoffe, die ist diesbekommen. Wir brauchen das Detail. Und wir brauchen den Klubschi. Der ist wichtig, den will ich haben. So, da hinten gibt es schon wieder die mich in den Arsch beißen. So, pack mal weg, genau. Rein hier. Lubschi. Und ohne weiß Köp. Hör auf hier so hin und her zwischen. Das macht mich nervös. Na? Titan. Ressourcen, Grund, Titan. So, Leben voll, Essen, Fastbrille, Trinken. Das sieht gut aus. Titan. Titan. Und, ja. Nur irgendwas, was wir verbauen müssten. Tischkorreinprobe haben wir natürlich nicht. Achso, brauchte ich ja nicht mehr. Was brauchte ich? Haben wir alles. Können wir dann drinnen bauen. Schönes Ding. Die haben den immer noch in Beschlag genommen. Mann, 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 Mann. So, bau den mal fertig. Dich nehmen wir auf. Und setzen dich hier vorne hin, dass ich am Eingang bin. Mit der Boje, weißt du, es geht einfacher. Fünf. Fünf. Und hier hin. Genau, so sieht das cool aus. Was hat man auf der Fünf? Achso, hier ein Seekleiter, genau. So, das haben wir. Und drei. Und Fabrikator. Jawoll. Und hier bauen wir Kommunikationsrelais drüben hin. Faser, Gewebe, Computer, Titan. Können wir hier unten hinbauen. Hier bauen wir einen Schrank hin. Äh, ne, hier bauen wir keinen Schrank hin. Hm, ich brauche Lithium. Zum Wand verstärken und ich brauche Titan. Auf jeden Fall können wir jetzt hier mal schön bauen. Das ist cool. Aber es bringt mir nichts hier, großartig Schränke überall dran zu zimmern, wenn ich dann sowieso nochmal verstärken muss. Hier vorne kommt ein Schrank hin. Da können wir erstmal alles reinschmeißen. Hier kommt ein Schrank hin. Was denn jetzt? Kein Quarz. Äh. Machen wir weg. Ein bisschen tiefer. Hier kommt ein Schrank hin. Müssen wir jetzt erstmal Quarz holen. Hier kommt ein Schrank hin. Dann können wir das Zeug von drüben alles erstmal abholen. Und ich kann meine Taschen nehmen. Hier kommt ein Schrank hin. Hier kommt ein Schrank hin. Wir brauchen Silizium. Auch in Mengen. Können wir aber noch nirgends wohin packen. Wenn wir hier noch Quarz brauchen. Dann haben wir erstmal eine Runde Quarz. Was ist das denn? Quarz müsste es in diese Richtung auch geben. Wir haben es ja normalerweise überall liegen lassen. Jawohl. Hier gibt es erstmal Titan. Jetzt können wir auch schon langsam anfangen richtig zusammen. Hier ist es hier. Sonst muss ich doch nicht zu weit reinschwimmen. Siehste? Da macht Aua. Sachts und schminkt rein. Schminkt rein. Aber Titan und Quarz will ich haben. Wo ist das Render jetzt hier hin? Da war doch A90. Was? Wasserfisch hier. Wasserfisch hier. Bistus sind Sturm, da muss kein Sturm. Du bist ein Sturm. Ich traue das hier schon wieder. In Silber. Das könnte schon mal nicht schaden. Wasserfisch hier auch nicht. Und hier haben wir noch mal Quarz. Was war das? Hier haben wir mal kein Schreckenellen. Hier ist noch Quarz. Das sieht aus, als wären wir hier schon gewesen. Das ist noch Quarz. Essen und Trinken können wir uns ja jetzt was anderes tun. Ich habe das einfach lassen. Mal. Der Leitung gestanden nicht schwach gehabt. So machen wir erstmal das. Siehst du? Und dann bauen wir mal einen Endbeet-Kasten. So. Habe ich wieder kein Titan? Nein, nein. Das ist ja auch klar. Wir können erstmal die hier weiter bauen. Nicht, dass ich es Quarz ausgeben. So. Dann machen wir das. Dann können wir hier oben nämlich schöne Titel bauen. Und Titel bauen. Und noch mal Titel. Und noch mal Titel. Und noch mal Titel. Und noch mal Titel. Ne, und ich noch mal. So, bauen wir mal den Bildkasten. den bittkasten den bittkasten so den innen bittkasten bau ihn hier noch den fertig den fertig den fertig den spinnt und den spinnt fertig damit haben wir schon mal schön Ressourcen bauen hier noch bauen hier noch bauen hier noch und dann können wir nämlich schon Wasserfisch hab ich jetzt auch nur deswegen mitgenommen und den Dahl herkriegen so dann mal die das fort ein Quarz vier Titonen Silber jetzt holen wir uns mal Verstöße oh das kann ich doch nicht stehen lassen ein Quarz zwei Quarz und eins noch also eins muss jetzt noch dann können wir ein Glas bauen das ist jetzt nicht wahr da hinten das muss man so machen ach nee ich brauche ja kurz auch für die Schränke da hinten wollte ich keine Schränke bauen das wird jetzt direkt Glasfassade und und das ist nicht kurz kann man zu werden z 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 ganz wichtigen können sie gleich mal reinmampfen und das ist jetzt alles gleich weg, ne dann hätte ich lieber auch erstmal die ganzen Sachen dabei dann packen wir das noch mal raus die schleppen den immer noch durch die Kante die haben einen Spaß dabei hier ist die Base mach mal wieder den mach mal wieder den so Marmormelone ganz wichtig das ist nur für schick da kriegst du eine Ming Pflanze rein das ist nur für schick kriegst du eine Laternenfrucht und einen Orangenbaum rein pinke Kappe machen wir hier rein gefleckte Kappe hier rein Wuchselstrauch hier rein die werden größer und dann können wir die ernten und dann können wir die hier reinpacken und Marmormelone kriegen wir dann schön essen Glas 3 und dann bauen wir hier noch einen Glasrand ein klatschen klatschen unser Inventar erstmal hier raus und sind damit ready to go um uns Lithium zu holen vielleicht finden wir sogar schon den Diamanten ist cool hier drüben brauchen wir noch Glas hier brauchen wir Verstärkung hier drüben brauchen wir noch Titan hinten raus es wird, es wird, es wird Stück für Stück ich bedanke mich für's Reinschauen und Vorbeischauen und Zuschauen Dankeschön und wenn's euch gefallen hat sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge wieder zu Subnautica von Anonwards Entertainment bis dahin auf Wiedersehen und Schizikowski